Auf geht's! Eine Woche landen. Achso, du filmst, ja. Ja. Spaß und Verzückung. Wir müssen ein Bier haben. Spaß und Verdrückung, ja genau. Stärk unterhofft, so geht er gar nicht. Felix Bier. Aber wir haben gesagt, es ist eine alkoholfreie Woche. Ja, alkoholfreies Bier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Taubenblick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Dirk und ja, diesmal geht es nochmal auf einer kleinen Kreuzfahrt durch die Adria. Und wie ihr hinter mir wohl längst erkannt habt, beginnt die Reise in Venedig. Wir sind jetzt hier am Canale Grande. Genauer gesagt, unmittelbar an der Rialto Brücke. Und es ist ein Wahnsinnsverkehr hier auf dem Canale Grande. Ja, aber wenn ihr Lust habt, begleitet uns auf unsere Reise. Baby 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, heute Tag 2 in Venedig Wir haben ein 24-Stunden-Ticket uns geordert Ja, und haben so immer die Möglichkeit ein bisschen mit den Barbaretti durch Venedig zu fahren Die Sonne kommt auch aus Allerdings ist es mit 15 Grad doch noch sehr kalt Aber ja, schauen wir mal, was uns Venedig so zu bieten hat So, heute Tag 2 in Venedig So, heute Tag 2 in Venedig So, heute Tag 4 in Venedig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020